sicher wenn in ungarn noch nie irgendwas gewonnen oder selbst damals ihre kriege und ihre versuchte unabhängigkeit von wobei doch die haben sie geschafft die unabhängigkeit von österreich ich meine können wir nicht sehen wenn sie gewinnen so schön wir warten auf den einsatz befehl zeit zum aufwärmen das war von hinten nur schlecht geschossen von rechts links links mit der bewegung ausgleichen wollen dass ich nicht sehen der thermokameras war mir aber egal ich habe trotzdem mal chancen welchen liebigen kämmerhaft schloss mit den spielchen es geht ins kriegsgebiet schloss mit den spielchen habe ich kein respekt vor menschen ojogi weint ein bisschen schade ja bei dem löfts auch einfach nicht mehr so in letzter zeit ja was soll ich sagen was karriere ist halt keinen drücken die deutsche spieler auch in schwarz ist überhaupt nicht in ihr farbe ich habe wurde dass sie verwirrt sie die gucken immer nur auf weiße spieler die anderen länder wieder typisch deutsche nss uniform von hugo post gewinnen alles klar würde ich sagen sind diese fest wir fangen auf der bristen seite an schaffen uns vom krisen weg erst mal hoch aufs brissen fahne hüssen wie viele spieler sind hier drin kommen auf jeden fall eine komma zahlen immer einer mehr wie du erschießen wenn du zuviel bargeld mit dir rumstellt wirst du übrigens nur im geldsack markiert nicht weg das ist wieder hier dieses ding wo ich immer die und ich finde es kommt ziel aktiv holt es euch naja bringen nur um ja und die kopp gelb mission ist an sich ganz geil weil wenn ihn jemand anders umbringt kriegen wir trotzdem 50 prozent gehen nicht mal mir er ist unter uns beim brissen geld markiert wenn man glück hat und dann mehrere kurz runter gegangen anderes schießt überlaufen wir nehmen 50 prozent dividende und verpissen uns richtig denn mit genug dividende geht es früher in die rände 1 feder der akkw-fahrer ja der wird sowas sorgen der mir schon wieder auf der fresse gehauen hat es ist ja echt doof das passiert mir nur bei dir weil wir uns immer über irgendwelche sachen unterhalten wo ich mir irgendwelche dokumente angucken und dann direkt neben dir wieder ins system rein tappen aber du musst das nicht alles überprüfen was ich sage manchmal flunker ich hier noch zwei mal auf ja Fabian hat mir dann jetzt gestern freundlich den hinweis gegeben ich soll doch einfach mit dem mausrad klicken das ist doch nicht die idee ob man nicht mehr mit dem linken maustaste in das felten und in das spiel zurück und dann geht er ja auch ich werde es mit alttab das problem ist dass bei mir durchs stream immer dermaßen viel offener ist wenn ich das tausend sachen einklige dann zapp ich mit alttab das was weiß ich was alles durch nur nicht mehr zum spiel so lange nehmen oh nein die vorratsstationen kann jetzt jemand mal bitte high powered f erschießen danke wer übelst blöd nicht dein geld ey ja fällt auf da hängt es schon so ein bisschen hinterher muss man sagen und ganz ehrlich als junger entrepreneur ja die ersten acht anrufen müssen eben an die familie gehen wir müssen auch was geben ja das ist eine übungssache weiß irgendwie mit bei farmland mittlerweile ziemlich gut wo hier die kisten stehen trenne das haus rein hoch kiste auf das fenster wieder raus nächstes haus ja aber auch die free money die rumliegt mit ja klar na sonst ist wirklich so tivo lausche auf die kiste dämpfe auf der map können diese diese extrakt punkte da ist ein heli den kannst du rufen der kommt dann angeflogen und dann nimmt er auch das geld ab ohne dass du ein luft transportballon brauchst ist halt ein weg deine kohle zu sichern mhm ja ist das so richtig was ich sage mani bei lönchen wäre ansonsten auch schön hier ist noch einer wobei die hier nicht allerliegen bei 170k ich werde verfolgt ja ist aber gemein sagt er ja als wäre das normal drohne erreicht einsatzgebiet ja ja da trunier sie regner vor uns irgendwo 344 in orden super bisschen geil und könig double darum king of the bongo mach den ja das sind auch schüsse mach mal ein ballon diggy der griff mit 200k rum ja ich weiß da vorne ist einer runtergekommen richtung nach die kohle weg geht immer so unachtsam drauf und dann ist das geld wieder weg das ist eben noch übernommen jetzt ist auch einer vor allem hinter uns kommen jetzt auch noch gegner vor uns die gegner hinter uns die gegner und ich mach mein invest nicht von deiner überlebenschance abhängig ok wir stehen kurz vor der konfront ja wobei die sich von uns entfernt alle gleichzeitig das wenn es jetzt geht durch betrogen auf max max wer ist oh betrogen auf max tatsächlich ja gut team alter shielding pass auf man kann den rücken schießen durch das fenster team also welches ablegen das ding du musst waffe wechseln hast du es auf dem rücken das ist eine waffe mh nein 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 nicht Hobby das schcennt Raketen ha 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 da wo sind die denn so grad mit der drohne raus herflogen ja diese pasteile durch ein fenster und mal ist das zu fett war am besten auf nachsicht im modus und dreh dich über uns ja thermal hab ich an ist nichts zu sehen dann hat die verleihen zu sein hier ja aber die bedrohungsstufe ist auch ganz hoch also sind sie in der nähe ja ich hab ihn ja da hinten ist einer noch also weiter weg von uns ausgesprungen er sitzt nach links weg verbindet der clusterschlag nähert sich ok meine herren ja machen dasselbe wie schwule namen 6 wir gehen hinten raus ich lasse kurz im ballon starten ich habe noch ein bisschen platz rechtsschüsse ja da er wohin direkt hinter mir bei der hütte wo wir eben noch waren tivo die nachricht kam ich wahnsinnig spät feinde landen über die ich drehe mich um und wird abgeschossen könnten sich ein bisschen früher bescheid sagen vorrücken ihr schweine da liegen noch die einzelteile von dem anderen wir rücken jetzt richtung krisenherd vor rechts jemand gelandet auf dem dach bei norden 10 höheres gefecht wir bleiben wir links und versuchen die häuser zu besetzen die rüste wurde durchschossen sehen jetzt nicht mehr weiß er nicht wieder runter ist er ist noch oben er ist runter gesprungen ich habe auch einen hit gesetzt das noch einer 26 26 viele zu zwei stück mindestens drei stück direkt bei 26 30 nordosten rum der teile einer ist da noch ein alter fernkämpfer bekommen was soll immer an der liegen drei leichen vor diesem haus einer ist oben einer unten wieder breached mp1 auf 55 geschossen dachte während ihr ballert zahl ich mal was ein immer noch beim gelben haus drin oben jetzt in diesem grünen fenster ja genau war gut und hinten dran unten in dem wagen auf den gleis ist auch einer der feind springt über dem gebiet auf den himmel achten rechts bei dort osten bei mir habe nur noch 24 hinter dem haus hinter dem haus jetzt wieder auf der gleiche freundlich abgeschossen hier oben ich habe eine position ist zu unsicher kann ich nicht alle meine ich habe nur noch viele ich habe nur noch ein raketenwerfer munition dringend ein feindlicher angriffshelikopter nähert sich abschießen und das geld sichern feindliche drohne über uns ja paus die sind immer bei dir okay warte wir warten hier kurz sicher kann sein dass er bei uns drin ist aber ich habe extra die tür zugemacht wegen der claim ja ok 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 bueno mi drinks ok 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 Was ist los mit dem Mann? Kommt der nicht mal los hier? Ich weiß nicht was der hier macht gerade, der ist irgendwo unter uns. Oder auf dem Dach. Kann ja auch sein, dass der bei uns auf dem Dach sitzt. Gehen wir als Nachbar aus. Er sitzt bei euch auf dem Dach, wartet bleibt drin, wartet, wartet. Er ist, ja ja, Timo ist schon wieder, ist schon weg. Ja schlecht, deshalb hat er sich nämlich gebreached bei dir. Rüstung gebreached. Er ist ins Nachbarhaus, jetzt wieder. Er ist bei mir, oh Gott. Ja, habe ich noch eine ganze Zeit gesagt. Ne, das ist ein anderes Haus, nicht das wo du warst. Nein, ich habe gesehen, wie der von eurem Dach unter dir hinterher ist. Ja. Ich sage schon richtig. Okay, ich bin auf jeden Fall weg, ich komme wieder. Es kommen mehr, hinterm Haus kommen seine Kollegen an, Martin. Hm. Schmeißen sie hier Granaten rein. Ich habe Rüstung breached von denen vor dir. Ich weiß, damit haben sie aber auch die Klima gesprengt. Ja. 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 Ich habe gar kein Geld gesammelt gefühlt. Ja, ist aufgefallen. Aber jeder Kill zählt 100.000. Ja, quasi. Ich habe die Statistik mal belegt. Oh, da hätte ich fast die Millionen alleine gemacht. Ich habe wieder keinen gefinished. Ich habe immer nur, ich zerschieße jedem immer die Rüstung und mehr passiert nicht. Ja, wenn du halt danach noch Schaden machen würdest. Ja, das ist dann immer der Punkt, in dem Moment, wo das blaue Symbol auftaucht, verschwinden die irgendwo hinter einer Kante. Ja, weil sie sterben. Und dann werden sie meistens von jemand anderem abgeschossen. Weil sie nicht sterben. Ja, sie sterben trotzdem, aber sie werden halt von einem anderen abgeschossen. Von dir, zum Beispiel. Schade. Happy Hour ist rum. Kann ich jetzt einfach die Happy Hour verstellen? Äh. Jo, 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 Pa. Höhlchen. Regiment verwalten. Ne, schade. Für diese 24 Stunden kann ich die Happy Hour nicht verstellen. Ich verstehe warum. Aber übrigens, falls ihr das einstellen wollt, ne. Dass man den Clan-Tag sieht. Das ist auf Quartiere Clan- und Regiments-Tag. Und dann kannst du deinen eigenen auswählen. Oder den Regimenten Clan-Tag. Wie mal zum Beispiel Upsi, was sein eigener ist. Den hab ich nämlich auch noch drin. Bei mir steht nur eigener Clan-Tag und irgendwas kann ich okay drücken. Um. Um. Was. Was.